Herzlich Willkommen mein Lieben zum Finanztudel Community Talk wie immer um 18 Uhr jeden Tag aktuell ihr wisst Bescheid freut mich dass wieder schon einige zugeschaltet sind super viele Leute hier auch schon fleißig am warten sind ich will nicht ich will euch da nicht auf die Folter spannen wir werden heute mit dem Thema sehr früh bereits starten ich begrüße erstmal die Leute die hier sind der Andreas, Patrick, Thomas, Luke Pomnitz, der Arjan auch am Start der war ja gestern auch noch auf Twitch am Start auch der Andreas Lutz und Numbercruncher viele Stammgäste Sandra auch am Start und ja auf jeden Fall mega mega starke Sache freut mich dass ihr hier alle schon gejoint seid wir werden uns heute so das Thema passives Einkommen durch Dividenden genauer anschauen ich werde auch ein paar natürlich Praxisbeispiele aus meinem Portfolio auch zeigen ein bisschen meine Gedanken zu diesem Thema mit euch teilen wie ich da so gewisse Dinge sehe und ja wie sich das ganze entwickelt und ich muss sagen Dividenden als passives Einkommen oder ich sag's mal so Dividenden sind für mich mitunter das einzige wirkliche passive Einkommen jetzt zum Beispiel vielleicht noch neben Zinsen weil alles andere halt ja aktive Einkommensquellen sind oder eine Kombination draus und darum wenn ihr irgendwelche Internet Marketer oder irgendwelche Leute seht die ihre Kurse verkaufen die über ja ich sag jetzt mal passives Einkommen sprechen wenn sie nicht über irgendwie Dividenden Zinsen oder vielleicht noch irgendwas was ich jetzt gerade vergessen habe rede und dass man das langfristig aufbauen soll dann haltet euch fern davon der Fade Pirate weiß auch schon Bescheid wo sind denn alle Tiger am Start auch der Christian Auswanderlux hat hier kurz gejoint sehr stark Tommy Obt, Max und auch der Ralf Bischof sehr stark freut mich dass ihr hier gejoint seid ich gehe jetzt ohne drum herum zu reden schon mal rüber direkt zu Portfolio Performance dass ich euch hier auch ein bisschen Fleisch an den Knochen geben kann und euch so ein bisschen zeigen kann ja worum es denn heute so geht erstmal heute lief ja insgesamt sehr gut oder insgesamt die Börse läuft jetzt in den letzten paar Wochen sehr gut das sieht man auch hier ganz gut ich wollte dir einfach noch so kurz zwischendurch auch zeigen wie lange das noch so weiter geht keine Ahnung wir können auch gerne wieder einen Crash haben damit man wieder noch günstiger Aktien einkaufen kann von dem her mir soll es recht sein aber kann man halt nichts machen man kann den Markt halt nicht steuern und ihn auch nicht zu 100%ig oder man kann ihn einfach nicht vorhersehen aber zu den Erträgen das ist ja eigentlich das Wichtige das was wir heute besprechen wollen das passive Einkommen durch Dividenden und ich klicke jetzt hier mal bewusst die Dividenden an nehme die Zinsen raus ja guten Appetit Christian Pizza ist ja bei euch am Start man sieht hier relativ gut dunkelblau ist 2020 und dieses andere violettliche dunkelblau oder so ist 2015 also ich habe jetzt hier langsam aber sicher bald sechs Jahre auf die ich zurückgreifen kann das ist noch nicht extrem viel aber immerhin etwas und man sieht auch wie die Tendenz steigend ist natürlich je nach Monat etwas mehr etwas weniger und ich fange jetzt einfach mal so im Januar an ja dass man auch so ein bisschen auch versteht dass so ein passives Einkommen durch Dividenden nicht irgendwie von heute auf morgen aufgebaut wird ja also ich bin jetzt aktuell fünfeinhalb Jahre an der Börse also noch nicht sehr lange heißt ich beschäftige mich zwar schon ein Zeitchen mit der Börse aber noch nicht so lange fünfeinhalb Jahre und wenn wir uns das mal anschauen 2015 hatte ich im Januar noch keine Dividende dann im Februar gab es im Januar das erste Mal Dividende 14 Franken 70 dann im 2017 35 Franken dann 2018 78 Franken und 5 und dann 2019 also letztes Jahr schon 102 Franken und dann jetzt dieses Jahr gab es 214 Franken das heißt das dauert extrem extrem lange bis man sich das aufbaut und man kann jetzt auch darüber streiten 214 Franken ist halt immer noch nicht die Welt wenn man das so schaut ja wie viel kann ich denn davon oder wie kann ich denn davon leben also das bedeutet jetzt zum Beispiel für meine aktuellen Ausgaben von ungefähr 2000 Schweizer Franken wären das ja im Prinzip ungefähr 10% ja also da fehlen noch ganze 90% um jetzt zum Beispiel im Monat Januar davon leben zu können und das ist ein extrem wichtiger Punkt das heißt es dauert einfach seine Zeit es ist eine langfristige Angelegenheit die halt eben dauert und in den nächsten 5 Jahren können wir nochmal darauf zurückschauen und das Wichtige ist ich habe ja im Februar 2015 begonnen und da auch meine ersten Dividenden bekommen tatsächlich von Novartis das war glaube ich sogar meine allererste Dividende die ich jemals in meinem Leben bekommen habe Novartis das Unternehmen habe ich mittlerweile gar nicht mehr im Aktienportfolio und es ist halt einfach man muss halt auch so ein bisschen das Langfristige sehen also ich habe damals habe ich schon so gedacht boah wie wäre es wenn die ersten 100 mal an Dividenden reinkommen oder die ersten ja 1000 oder was auch immer und das das hat sich einfach mit der Zeit entwickelt und das geht halt echt nicht von heute auf morgen das ist nicht möglich dass man einfach Dividenden oder anfängt in Dividenden zu investieren und auf einmal jeden Monat schon 1000 Franken an Dividenden bekommt wenn man nicht schon von Anfang an das Kapital irgendwo her hat also wenn man in der Regel so wie ich auch zum Beispiel anfängt zu investieren mit kleineren Beträgen ich habe damals noch in der Ausbildung begonnen genauso wie auch der Arian übrigens auch am Start ist er ist auch noch in der Ausbildung und er hat jetzt auch jetzt in der Ausbildung begonnen er hat sogar den Schritt gemacht sogar noch früher zu starten also bevor er überhaupt 18 ist das heißt je früher man startet umso besser weil wenn ich mir mal so überlege hätte ich mit 18 nicht gestartet hätte ich mit 23 jetzt auch nicht zum Beispiel im April 2020 1105 Franken an Dividenden bekommen also das dauert einfach seine Zeit Tommy Obmax schreibt gibt es das überhaupt passive Einkommen du hast dich doch aktiv für die Aktien entschieden und kontrollierst aktiv die Entwicklung des entsprechenden Unternehmens ja doch es ist schon passives Einkommen in meinen Augen weil für mich bedeutet dass wenn ich jetzt in den nächsten 30 Jahren nie mehr in mein Depot schaue ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass ich immer noch Dividenden bekomme und immer noch ein passives Einkommen dadurch generiere wenn ich am Anfang meine Due Diligence richtig gemacht habe darum ja für mich sind Dividenden auf jeden Fall passives Einkommen also das ist so ein bisschen meine Definition auf jeden Fall Zinsen ebenfalls Ariane schreibt Thomas 23 betreibt kein Market Timing und erwischt trotzdem Karneval einen Tag vor dem 30% Kursprung ey no joke ich hab gestern no joke ich hab mir so gedacht okay jetzt kommt mal der erste Karneval Einkauf und ähm ja weniger ähm ja oder Casino Portfolio mehr Glück als Verstand also ich hab also es ist muss man auch ganz ehrlich zugestehen es ist einfach pures Glück ja sodass ich die Aktie kaufe und dann innerhalb eines Tages ein Kurssprung von 35% da ist das ist pures Glück jeder der sich jetzt darauf einbilden würde dass das ein heftigstes Market Timing ist der ist komplett lost also aber ich check dein Humor Ariane richtig geil feiere ich auch absolut und ähm ja das Casino Portfolio startet schon mal gut aber man kennt es ja man startet gut und dann nachher gibt es nur noch äh Klogriffe und ja aber auf jeden Fall dazu vielleicht auch noch später mehr in diesem Stream wenn es euch interessiert kann ich auch noch ein bisschen über das Casino Portfolio reden man muss das Geld für die Aktien auch aktiv verdienen ja natürlich Luke ähm es geht ja darum dass man ja damit passives Einkommen aufbaut aber jetzt die aktuell also ich hab aktuell im Investmentportfolio schauen wir mal kurz unter Diagrammen aktuell ist das gesamte Investmentportfolio 222.000 Schweizer Franken groß ähm das Geld habe ich bereits verdient und es ist investiert in verschiedene Investments dieses Geld generiert mir jetzt ein passives Einkommen ganz kack egal was ich jetzt mache auch wenn ich jetzt hier nach Tigern suche irgendwo in der Wohnung oder im Office in dieser Zeit währenddem ich diese Tiger suche und sie nicht finde weil sie alle auf meinem Shirt sind ja ähm in der Zeit verdiene ich aber auch Geld obwohl ich was komplett anderes mache und ich könnte jetzt auch 10 Jahre lang nach Tigern suchen und es würden trotzdem Dividenden reinfließen oder vielleicht auch Zinsen ja je nachdem was man halt für Investments hat darum für mich ist Dividenden auf jeden Fall ganz klar ähm ein passives Einkommen und ja also auf jeden Fall klar jeder definiert das ein bisschen anders verstehe ich schon ähm aber muss man auch immer äh ja also es gibt da immer ein bisschen andere Ansichten und das ist ja auch okay Marc Andre Wies schreibt wenn eines eurer Geschwister einen ausgleichspflichtigen Erbvorzug erhalten hat und das alles notariell niedergeschrieben hat und bestätigt ist würdet ihr das dann bereits zu eurem Vermögen zählen ich muss das jetzt nochmal kurz lesen ich hab's jetzt hardcore nicht gecheckt also wenn du einen Erbvorbezug erhältst und das alles niedergeschrieben bestätigt ist würdet ihr dann bereits ne ich würde das erst äh zu deinem Vermögen zählen wenn du das wirklich erst hast ist meine persönliche Meinung aber ähm so würde ich das zumindest sagen aber ähm und das ist auch noch so ein Punkt zum passiven Einkommen das werde ich immer wieder gefragt und zwar fragen mich die meisten Leute hey Thomas wie kann ich denn ein passives also passives Einkommen aufbauen oder was sind so die ersten Steps um überhaupt ein passives Einkommen zum Beispiel durch Dividenden aufzubauen und bei mir ist es halt immer und zwar wirklich immer oder fast immer zumindest eigentlich dieselbe Antwort und also es fängt einfach erstmal damit an dass man zum Beispiel hier unten beim Livestream beim Video einfach mal einen Daumen nach oben da lässt und am besten mehrfach wenn man auch mehrere Accounts hat einfach in die einloggen und da die Daumen nach oben äh platzieren weil ansonsten funktioniert das halt mit dem passiven Einkommen einfach nicht weil das ist halt wie so eine Grundvoraussetzung das heißt euer Broker eure Bank überprüft im Prinzip ob ihr diesem Video hier einen Daumen nach oben gegeben habt und wenn ihr das nicht gemacht habt bekommt ihr auch kein Aktiendepot nur so als Tipp am Rande weil mich immer wieder Leute gefragt haben wie man da mit dem Ganzen ähm starten soll aber nichtsdestotrotz wie schon gesagt also für mich passives Einkommen fängt auf jeden Fall zum Beispiel bei Dividenden an und Dividenden ist an sich auf jeden Fall ja äh wenn man das mal so anschaut in meinen Augen zumindest ist praktisch die ähm passive Einkommensquelle die wirklich auch für dich selber arbeitet weil du halt Mitbesitzer eines Unternehmen bist egal welches das jetzt oder von mir aus auch ETF wo du breit gefächert in viele Unternehmen investiert bist ja und darum investiere ich jetzt ja auch langfristig auch ähm nebenbei natürlich auch in den Vanguard FTSE All World da habe ich jetzt heute auch wieder einen Kauf getätigt ähm und zwar 25 Aktien ja und da habe ich insgesamt 85 Stück da werde ich ja jeden Monat kaufen aktuell ist natürlich der Kurs dieses Vanguard FTSE All World deutlich wieder gestiegen und ich kaufe ja für ungefähr 2000 Schweizer Franken ein ich konnte die letzten beiden Monate im April und im Mai jeweils 30 kaufen und jetzt natürlich weil jetzt äh ich habe bei 86 eingekauft ähm konnte ich halt nicht mehr 30 kaufen weil es wäre dann viel viel teurer gewesen äh und darum habe ich es nur noch 25 gekauft also die Summe ungefähr bleibt gleich und auch da äh kriegt man dann eben wieder passives Einkommen in Form von der Ausschüttung ja da heißt es dann nicht mehr Dividende da ist es dann Ausschüttung aber ist im Prinzip das gleiche wenn man sich es einfach mal genau anschaut um 1000 Franken monatlich an Dividende zu kriegen muss man rund eine halbe Million an Aktien haben schreibt der Ralf Bischof würde ich so nicht behaupten also ich rechne ja immer ungefähr mit 3,5% Dividendenrendite Netto das ist einfach meine meine Kennzahl für mich für mein Portfolio und weil ich ja so gut im Kopfrechnen bin ähm nehme ich jetzt einfach mal kurz meinen Taschenrechner raus damit ich auch mal so ein bisschen Anstrengung habe also das heißt bei einer halben Million und ich gehe halt wirklich das ist einfach meine persönliche Meinung man kann auch konservativer ausgehen das würde bedeuten bei einer halben Million würde ich mit meinem Portfolio oder so wie ich mein Portfolio aufbauen würde ungefähr ja 1400 1300 1400 an Dividenden bekommen pro Monat tatsächlich im Durchschnitt aber da hat halt jeder so ein bisschen einen anderen Approach nimmt andere Schnitte hat eine andere Zusammenstellung und darum kann man auch sagen ja wenn man sehr konservativ ist oder zum Beispiel auch viele Wachstumsaktien drin hat dann kann das schon sein dass man dann ja tatsächlich eine halbe also für eine halbe Million investiert ungefähr ein Tausender pro Monat an Dividenden bekommt die Sandra W. hat Royal Caribbean im Crash bei 23 gekauft nicht schlecht nicht schlecht wenn man Designs auf verschiedenen Webseiten hochlädt bekommt man auch passives Einkommen natürlich bis zu einem gewissen Grad bis die nicht mehr gebraucht werden und dann musst du dich wieder drum kümmern aber wenn ich eine Walt Disney Aktie besitze und die mir Dividenden ausschützt die kümmern sich selber um das und ich muss gar nichts machen sondern die managen ihr Unternehmen sowieso Sascha auch am Start mich würde mal so interessieren was diese Kanji Zeichen bedeuten kannst ja mal Bescheid geben hier im Chat Number Cruncher fragt wieso erachtest du Dividenden als so wichtig wenn eigentlich eine eigentlich eine langfristig tessaurierende Möglichkeit im Endeffekt mehr bringen würde ich meine du brauchst das Geld momentan sowieso nicht liegt einfach daran das erstmal tessaurierend mittlerweile soweit ich weiß auch in der Schweiz nicht mehr wirklich ein riesiger Steuervorteil da ist und zum anderen muss ich ja an dieser Stelle auch sagen ich bin halt auch in einer komplett anderen Situation und ganz übertrieben gesagt ganz ehrlich übertrieben gesagt wenn mal irgendwas schief geht will ich jetzt schon den Cashflow haben und davon leben können oder zumindest zu einem gewissen Grad davon leben können bis Ende Jahr sieht es ungefähr so aus dass in Form von Zinsen und Dividenden insgesamt das passive Einkommen wobei wir jetzt auch ein paar Kürzungen haben zwischen 5.000 bis 7.000 Schweizer Franken wahrscheinlich liegen wird ich kann es nicht genau sagen aber so irgendwas in dem Bereich würde für mich bedeuten ich kann ein ganzes Quartal also schon ein Viertel vom Jahr finanziell frei leben mit meinen privaten persönlichen Ausgaben für mich ist halt dieser Cashflow schon enorm wichtig auch für einfach auch den Seelenfrieden damit ich auch in meinen anderen Projekten einfach Vollgas geben kann ich habe ja auch unter anderem natürlich auch noch den Notgroschen der relativ groß ist mit dem ich drei Jahre leben könnte also ich bin da was das angeht tatsächlich was meine Investments angeht eher konservativ und schaue schon auch dass ich meinen Feedback-Loop auf ein gewisses Niveau bekomme also Dividenden sind eine Form von Feedback-Loop man kann jetzt sagen okay ich betrüge mich psychologisch ja und lasse Rendite auf dem Tisch liegen aber das ist mir in dem Sinn völlig egal weil ich halt weiß dass ich es trotzdem schaffen werde und an dieses Ziel kommen werde wo ich halt hin will und ich habe auch Spaß an dem Ganzen aber du hast vollkommen recht das wäre natürlich wenn man so drauf schaut und das rein 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 rational anschaut denke ich schon die bessere Variante wie hoch ist die Ausschüttungsrendite von Vanguard Fuzzi All World fragt der Ralf ich glaube bei 2 also da wo ich jeweils eingekauft habe bei 2% irgendwas aber jetzt sinkt da stetig halt weil halt der Vanguard wieder aufsteigt ja aber da werde ich einfach monatlich mich einkaufen in diesen Vanguard Fuzzi All World und das wird mein manueller Sparplan halt sein und ich finde es gerade krass ja also ich sehe gerade 150 Leute am Start und es gibt nur 22 Daumen nach oben also ich weiß ja nicht aber ich habe es ja vorhin nochmal erklärt gehabt wenn ihr wirklich passives Einkommen aufbauen wollt dann geht es nicht anders wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt weil sonst eure Bank ich kann nicht ich kann nicht mehr ohne lachen also ich habe es vorhin geschafft ohne zu lachen aber jetzt geht es nicht mehr oh man tut mir leid mein Humor ist ist stumpf ich weiß der Humor ist richtig stumpf ja ja ich habe circa 36.000 in Aktien und habe 1000 Euro Jahresdividende geknackt schreibt der Sascha ja dann kann man das ja hochrechnen das heißt mal 12 dann bist du immer noch auf unter 500.000 und hättest trotzdem ein Tausender pro Monat genau Patrick genau genommen sind Dividenden kein passives Einkommen bei der Auszahlung reduziert sich die Aktie in Höhe der Rendite das ist der Aktienkurs anschließend wieder steigt ist reine Spekulation jein ich verstehe schon was du meinst du hast natürlich einen Dividendenabschlag das ist natürlich so aber in der Praxis und in der Realität ganz ehrlich was sagst du jetzt einer Person die nur von Dividenden lebt und das über die letzten Jahrzehnte schon die Kanjis bedeuten Steuerwolf steuern nicht wie Lenkrad also Steuerwolf also wirklich Steuern also Steuern mit Steuernzahlen meinst du wirklich das Sandra W Thomas seit wann hast du denn Bitcoin im Portfolio hey da ist ja wirklich jemand ganz gewieft also da hast du dir ganz genau die Position angeschaut und ich hoffe die Qualität ist Bombe weil ich streame jetzt ja immer in Full HD und ich glaube das müsste kristallglas scharf auf jeden Fall auf euren Screens sein wenn euer Internet genug schnell ist ich kann euch ja mal wir haben jetzt auch viel über passives Einkommen geredet aber ich kann ja einen kleinen Sneak Peek geben zu meinen Depots ich habe jetzt ja nämlich das normale Value Depot nenne ich das einfach ich habe es einfach umbenannt und jetzt hier das Risk Depot im Risk Depot habe ich nämlich andere Werte Bestände das können wir uns mal einfach kurz anschauen im Risk Portfolio befinden sich nämlich aktuell 70 Karneval Aktien die 43,37% ausmachen und aktuell sogar für ungefähr 2000 Schweizer Franken 0,212037 Bitcoins und das ist für mich eben wie schon gesagt ich habe ja gesagt im Casino Portfolio kommen nicht nur Aktien rein sondern auch andere Investments die durchaus sehr risikoreich sind und ich habe mich jetzt nach einiger Recherche und auch nach einigem hin und her einfach dazu entschieden okay ich will in Bitcoin investieren weil ich habe in Vergangenheit auch mit Kryptowährungen meine Finger verbrannt aber nicht spezifisch mit Bitcoins sondern mit Altcoins das ist also wenn ihr mal so bei meinen Videos schaut vielleicht auch die älteren Videos auch ein bisschen mal gesehen habt da habe ich Luke Videos auch zum Thema Bitcoins zum Thema Kryptowährungen gemacht ich war halt hauptsächlich jeweils in Altcoins investiert also alles also Altcoins sind alle anderen Kryptowährungen außer Bitcoin selber heißt jede andere Kryptowährung außer Bitcoin ist ein Altcoin und ich habe mich jetzt dazu entschieden okay hey ich möchte jetzt auch wieder in den Kryptowährungsmarkt einsteigen aber dieses mal mit Bitcoin also nicht denselben Fehler machen und das ist für mich ja weil es eben das Casino Portfolio ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes und darum ja ich habe jetzt wieder aktuell Bitcoin im Portfolio erst seit Juni und ja das beantwortet hoffentlich die Frage hallo zusammen einige Leute auch der Stefan wie heißt dieses Game wo du dieses Profilbild hast dieses Huhn ich kenne dieses Spiel da schießt man noch dieses Huhn oder schießt man dieses Huhn ich weiß Sandra W ich mache immer einen Daumen absolut vielen Dank Ralf Bischof fragt Thomas was zahlst du mir wenn ich dir einen Daumen nach oben gebe wenn du mal hier irgendwann in Zürich bist und es sich ergibt lade ich dich ein auf einen Starbucks Café oder so no joke also ich habe schon viele Leser oder Zuschauer tatsächlich auch zum Starbucks Café eingeladen wenn sich das ergeben hat oder man sich irgendwie getroffen hat und ein bisschen gequatscht hat und schaue sogar die Werbung anfangen durch um dich extra zu unterschätzen danke Sandra okay der Sascha schreibt erst achso du bist Steuerberater also ein böser Wolf in Steuer ein Steuerwolf ah nicht schlecht also geile Sache freut mich Steuerwolf Steuerwolf ich würde mal sagen wir machen hier also was du bist Steuerberater aber du bist nicht aus der Schweiz oder oder du bist aus Deutschland aus Deutschland oder aus der Schweiz ein Steuerberater Thomas Probst schreibt ich bin kein Fan von Dividenden nutze lediglich den Freibetrag von 801 Euro aus ansonsten bin ich nur in Value Aktien drin aber es gibt doch auch Value Aktien mit Dividenden was machst du denn sagst du einfach nö will ich nicht oder wie machst du da die Kompromisse weil es gibt so viele gute Unternehmen die Dividende einfach ausschütten kommen ins Casino Portfolio auch Aktien wo du dich noch nicht reingetraut hast Tencent Alibaba Softbank etc also auch Amazon und Co ja du bist auf einem guten Riecher das Casino Portfolio ist genau dafür da um in Unternehmen oder um in Investments zu investieren wo ich mich sonst nicht reintrauen würde das ist ja der Sinn der Sache das ist wirklich der Sinn der Sache und ja das kann ich mir sehr gut vorstellen Tencent Alibaba Tesla und ich weiß ins Casino Portfolio ich habe ja auch eine Umfrage gemacht Tesla oder Amazon dass die Leute sich da getriggert gefühlt haben aber für mich sind es halt Titel wo ich mich bisher noch nie reingetraut habe das hast du sehr gut angesprochen und ja das ist der Sinn des Casino Portfolios dass ich halt aus dieser Komfortzone rausgehe und halt mit diesen ungefähr 2000 2500 Schweizer Franken pro Monat halt im Casino Portfolio Investments tätige also ja auf jeden Fall kann ich nur bejahen Moorhuhn okay das Spiel heißt Moorhuhn deutscher Steuerberater Schweizer Steuerberater heißen doch diplomatische diplom diplomierte Steuerexperten oder ich habe absolut keine Ahnung ich habe absolut keine Ahnung also du fragst das ist wie wenn wenn ich jetzt dich frage ähm ja hast du schon eine Soft gelegt und wie viel Bosse hast du in Nihalofa besiegt und dann hast du auch keine Ahnung wenn du nicht World of Warcraft spielst also ich habe absolut keine Ahnung wie der offizielle Begriff ist für mich ist ein Steuerberater ein Steuerberater egal was er für einen Titel hat ich kenne mich da wirklich nicht nicht aus und das ist nicht so mein also nicht so mein Gebiet also nicht dass ich irgendwie schlecht finde wenn andere Leute das machen aber das ist halt so einfach nicht mein nicht mein Gebiet einfach wieso ist Alibaba für euch Casino Portfolio ich bin dort investiert und finde das Unternehmen schon recht solide baut euch die Margen an Sandra ja darum ich sage es ist Definitionssache für mich bedeutet Casino Portfolio dass ich das so ein bisschen auch einfacher erklären kann zum Beispiel ich kann den chinesischen Markt überhaupt nicht abschätzen das ist für mich sehr schwer also so auch insgesamt asiatische Märkte abzuschätzen ist für mich sehr schwer weil ich mich da einfach nicht auskenne die Politik zu schlecht kenne und ich mich einfach nicht auskenne und das Casino Portfolio ist für mich eigentlich eine Möglichkeit Investments zu tätigen in Märkten oder in Unternehmen oder jetzt auch vielleicht in anderen Investments wie Bitcoin Kryptowährung Investments zu tätigen wo ich sonst nicht Investments tätigen würde das heißt wenn ich da rein investiere ist es mir egal wenn ich einen Totalverlust habe das bedeutet aber auch auf der anderen Seite dass ich bis zu einem gewissen Grad zum Beispiel dann auch sagen kann okay das sind jetzt vielleicht Investments wo ich nicht so viel Zeit investieren muss wie wenn ich jetzt zum Beispiel für mein Hauptportfolio für mein Hauptdepot wo ich langfristig sozusagen auch mich mehr mit den Unternehmen beschäftige halt investiere und da auch deutlich mehr Geld investiere also das ist für mich dann einfach eine persönliche Definition und also ja also das heißt nicht dass Alibaba eine Casino-Aktie ist das Portfolio heißt einfach Casino-Portfolio nicht dass das falsch verstanden wird ja genau du hast es du hast einen guten Riecher gehabt du hast es direkt verstanden worum es worum es im Casino-Portfolio geht was machst du denn um deine Steuern bei deinem Einkommen einigermaßen tief zu zu halten das geht fast gar nicht Rony also ab einem das Problem ist ab einem gewissen Grad also du musst halt so verstehen du kannst zum Beispiel um Steuern du musst halt Ausgaben haben und wenn du keine Ausgaben hast wenn du zum Beispiel ein Businessmodell hast dass wenn du 100.000 Umsatz machst und du 10% Kosten hast und die restlichen 90% Gewinn sind und wenn du noch ein bisschen Kosten draufballern kannst nochmal auf 20% Kosten kommst und halt 80% Gewinn hast und jeden Monat 100.000 verdienst dann hast du halt ein Problem und du musst dann halt Steuern zahlen und da gibt es kein da gibt es nichts drumherum da zahlst du dann halt einfach Steuern und das ist halt einfach so ich habe irgendwas im Auge und ja also ich versuche dann natürlich so viel zu optimieren wie geht aber es gibt halt so seine Grenzen vor allem wenn man so ein Businessmodell hat wo wirklich nicht so krass kostenintensiv ist oder noch ich sage jetzt noch nicht kostenintensiv ist aber ich bin sehr dankbar dafür ich beklage mich nicht ich zahle gerne die Steuern und ja also nur weil man in der Schweiz wohnt heißt es nicht dass man extrem wenig Steuern zahlt also ich zahle aktuell also wenn ich ein Franken Gewinn mache also jeden Franken Gewinn den ich mache ich zahle ein Drittel Steuern ungefähr das bedeutet wenn ich 100.000 Gewinn mache muss ich 33.000 Steuern zahlen wenn ich eine Million Gewinn mache dann muss ich also für jede Million mehr muss ich halt 330.000 also einfach ein Drittel Steuern zahlen aktuell für den Kanton und in der Gemeinde wo ich halt lebe und wo halt die Firma ist aktuell und so weiter kann sich natürlich mit der Zeit ändern wenn ich dann auch so ein bisschen das optimiere Firmensitz ändere und so weiter aber ja könntest du nochmal dein Hauptportfolio im Kreis Diagramm zeigen ähm ja das ist jetzt alles Gesamtportfolio vielleicht auch hier Asset Allocation sorry dieses hier könnte sehr gut sein hier sieht man auch relativ gut dass ich ziemlich genau 66% Aktien hier im Investmentportfolio habe 11% ETFs dann 1% Krypto dann Rohstoffe 4,3% P2P 11% Cash ist aktuell 2% und Festgeld also Festgeld ist meine Mietkaution die habe ich drin für beide Wohnungen ist ungefähr 4% das beste Mittel um Steuern zu sparen ist frühzeitig zu planen Rechtsform Investitionen etc ja so also für Investitionen ist in der Schweiz tatsächlich privat besser weil ansonsten zahlst du auf Kursgewinne Steuern ähm als Unternehmen natürlich der Haupt also der Firmensitz wichtig aber das kann man auch noch ändern nachträglich da sind wir jetzt aktuell dran das sollte dieses Jahr hoffentlich noch klappen und ähm ja Investitionen ist halt echt schwer wenn du musst dir halt so überlegen es läuft alles es funktioniert alles und ich kann zum Beispiel aktuell nicht so viele Investitionen forcieren um den Gewinn krass zu drücken das ist fast nicht möglich das ist das geht nicht dann würde ich Geld aus dem Fenster werfen und das bringt ja auch nichts aber ähm also ich bin schon dran und zum Beispiel Investitionen vor allem Mitarbeiter das kann man steuerlich absetzen weil es halt Kosten sind also man muss man kann ja Investitionen nicht absetzen also wenn ich jetzt Aktien kaufe in der Firma kann ich die nicht absetzen sondern das kennst du ja auch das ist in der Bilanz einfach eine Verschiebung und ähm ja ich muss den Gewinn dann trotzdem noch versteuern und bin dann dadurch dann halt vielleicht illiquide aber zum Beispiel eben Mitarbeiter Freelancer oder Dienstleistungen die ich halt sozusagen ja in oder halt verwende das sind halt alles Ausgaben das kann ich dann alles abziehen ein Drittel ist doch voll okay an Steuern ja ja klar also ich finde also ich beklage mich auch nicht ich sage einfach nur dass man halt trotzdem auch hier in der Schweiz ordentlich Steuern zahlt wie viel Steuern zahlst du als Privatperson 100.000 es kommt sehr darauf an wo du halt wohnst ähm bei 100.000 sehr oft so ungefähr 10% vielleicht plus minus zwischen also zwischen 8 bis 15% je nachdem wo du wohnst wahrscheinlich kommt aber sehr darauf an bin aber kein Steuerberater aber lieber 30% auf eine Million also 5 was also 5% auf 50k ja nochmal aber lieber 30% achso ja klar natürlich 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 ich beklage mich auch nicht über die Steuern ich wollte einfach nur sagen dass dass es deutlich äh dass man auch deutlich weniger Steuern zahlen kann zum Beispiel den Zug oder so also ja hier schreibt auch der Marc Andre Wies also im Zug wenn du da da kommst du auf ungefähr ein Viertel irgendwie 27% statt 33% also das heißt da spart man auch nochmal einiges also bei einer Million würde man dann noch äh etwas mehr als eine Viertel Million zahlen das heißt da spart man auch schon wieder einiges Jan Timmermann schreibt seit wann hast du Berkshire Hathaway ich hab Berkshire im Mai gekauft im Mai für 180 oder so oder 185 und 15 Stück so als erste Position wie wär's mit einem Experiment alle aus deiner Community und du kaufen einen Penny Stock und wir schauen ob wir diesen pushen können ja Luke geile Idee aber dann komm ich in den Knast mein Lieber und dann kann ich dieses Tiger Shirt nicht mehr anziehen das nennt sich nämlich Marktmanipulation und wenn du das halt bös also wenn du das machst äh das ist strafbar ähm ja und das ist eben das Portfolio also ich empfehle euch wenn ihr Portfolio Performance verwendet macht das richtig Asset Allocation auf die Branchen tragt die richtig ein dann hat ihr eine gute Übersicht ihr seht auch dann sehr gut wie das Ganze aussieht finde ich sehr sehr stark ähm wir können uns mal nochmal kurz die Performance vielleicht anschauen vielleicht findet ihr das ja auch interessant und zwar ist dieses Jahr insgesamt nur noch minus 4,4% weil halt seit April Mai, Juni einfach die Börse sich langsamer sicher erholt hat ist die Frage ist das langfristig tragbar erholt sich die Börse jetzt gerade oder steht uns in den nächsten Monaten wieder der neue Crash bevor ich kann es nicht sagen ich habe absolut keine Ahnung falls ich irgendwann eine Glaskugel haben sollte ja dann werde ich euch das auf jeden Fall sagen und auch die Glaskugel mit euch teilen Sharing is caring aber aktuell habe ich noch keine Glaskugel die mir das so verraten kann darum werde ich auch weiterhin regelmäßig einfach jeden Monat investieren und nicht irgendwie Market Timing betreiben auch wenn es manchmal klappen kann wie bei Carnival aber das halt absolut nur Glück ist und ja also hätte hätte Fahrerkette hätte ich auch 100k investieren können schnell mal quick 30.000 innerhalb von einem Tag machen können und dann hätte ich eine geile Werbung machen können hey ich habe in meiner Trading Strategie mit meinem Trading System das ihr in meinem Online Kurs lernen könnt und ausschließlich für 999 Euro schenke ich das und das ist nur eine monatliche Gebühr von 999 Euro bekommt ihr mein Trading System wo ihr auf jeden Fall auch täglich 30.000 machen könnt weil ich einfach ein glückliches Händchen hatte ja also sowas gibt es nicht wenn ihr sowas hört unbedingt ganz ganz schnell ab also weg da und weg von dem Kanal weil dann wisst ihr das ist Scam also immer so ein bisschen aufpassen von wo oder wie ihr die Information nehmt und wenn euch jemand schnelles Geld verspricht dann ist da meistens was faul und der möchte sich einfach nur bei euch bereichern ich habe eine eigene Firma und verdiene ca. 200k ich habe auch einen Firmensitz im Zug und überlege nun einen günstigen Wohnsitz bzw. Briefkasten im Kanton Zug zu mieten ob das sauber ist also ich kenne mich da überhaupt nicht aus aber wenn du genug verdienst kannst du da also wenn Briefkasten also ganz ehrlich also ich weiß ja nicht wie das ist ich bin auch kein Steuerberater oder so aber es gibt immer Möglichkeiten die völlig legal sind ja also und das würde ich auch nicht irgendwie selber rumwurschteln selber machen oder so und dann geht es auch nach hinten los sondern einfach einen Experten sich ranholen der auf das spezialisiert ist der den Steuersitz optimieren kann und das auf völlig legale Art und Weise und dann wird das auf legale Art und Weise gemacht optimiert und dann funktioniert das auch ich kenne da nicht die ganzen Trips Kniffe und Tricks sondern da hole ich mir einen Experten ins Boot und der macht mir dann das und dann zahle ich halt am Anfang mal ein bisschen mehr aber dann langfristig lohnt sich das halt dann trotzdem und es ist halt alles dann legal gemacht ja also ich würde da nicht irgendwie rumtricksen selber was rumbasteln und dann geht es nach hinten los und dann ist es noch worst case illegal und dann haut es dich dann noch weg oder so weil du halt so oh mein Gott du hast Steuern hinterzogen oder so eine Scheiße also da am besten lieber auf Nummer sicher gehen einfach meine persönliche Meinung so mache ich es auf jeden Fall wie viel Kapital benötigt man um bei Aktien zu investieren theoretisch ab einem Cent praktisch in Deutschland vor allem ab 25 Euro Sparpläne also ab 25 Euro pro Monat kann man schon in Aktien ETFs und Co investieren und das finde ich ist eigentlich sehr 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 ja human also 25 Euro pro Monat hat doch auf jeden Fall jeder zum einfach mal zu starten und dann mit der Zeit kann man dann auch immer mehr investieren genau hier der Andreas schreibt auch ab 25 Euro ja also ab 25 Euro bei euch in Deutschland wegen den Sparplänen aber man kann auch schon ab weniger die Gebühren sind einfach relativ teuer die Giro ist bei US-Aktien äußerst günstig das ist korrekt muss sagen bin ziemlich gut weggekommen mit Year Today also seit Anfang des Jahres 15,1% schreibt da Ariane du hast ja so wie ich das verstanden habe Anfang Jahr oder Ende letztes Jahr angefangen und du hast halt natürlich einen optimalen Zeitpunkt erwischt und hast halt einfach da wahrscheinlich regelmäßig und stetig eingekauft darum ja das ist halt immer schön wenn man so den ersten Crash schon früher erlebt dann weißt du auch so ein bisschen schon was läuft und wenn jetzt dann vielleicht nochmal ein paar Monaten oder Ende Jahres nochmal ordentlich crashen wird dann ja dann dann weißt du schon mal okay der erste Crash war so das muss ich einfach durchbeißen man muss auch sagen dass dieser Crash aktuell so wie es jetzt aussieht relativ kurz gewesen ist normalerweise dauert ein Crash schon deutlich länger und es zieht sich mehr in die Länge das heißt man muss schon so ein bisschen aufpassen und wirklich auch nur Geld investieren das man nicht zum Leben braucht weil sonst kann es halt übel nach hinten losgehen in der Schweiz gibt es auch Fonds Sparpläne die mir bekannt sind ab 100 Franken also meinst du so von aktiv gemanagten Fonds da bin ich nämlich nicht so der Fan von also wenn man wirklich extrem kleinen Budget in der Schweiz starten sollte also wirklich klein ich rede von vielleicht ein Hunderter pro Monat dann bietet sich vielleicht DeGiro oder so an ich bin ganz ehrlich ich habe mein ganzes Aktienportfolio das mittlerweile über 150.000 fast 160.000 Schweizer Franken schwer ist alles bei Swissquote und ich werde das auch weiterhin bei Swissquote behalten und wenn ich dann vielleicht mal bei Swissquote die erste Million oder irgendwie 5.000, 6.000, 700.000 erreicht habe dann überlege ich mir okay Spex-Diversifikation auch mal irgendwo anders bei einem anderen Broker bei einem anderen Bankendepot zu eröffnen und dort dann auch ein zweites Depot parallel zu haben ja das kann man dann auf jeden Fall machen aber ich persönlich muss sagen ich bin aktuell nur bei Swissquote bin da sehr zufrieden und ja hab mein ab bisher also meine 160.000 ungefähr sind aktuell dort mit jedem Monat wird es mehr und ja aber eben wie schon gesagt also kommt halt immer aufs Budget so ein bisschen drauf an also ich sage auch immer bei Swissquote da muss man ein bisschen mehr auch investieren können dass sich das lohnt bei Einzelaktien eher so ab 1.000, 1.500 Franken pro Order und bei ETFs ab 6.000 bis 700 damit sich das wirklich lohnt wegen den Gebühren da gibt es halt eben wie DeGiro zum Beispiel günstigere Varianten wenn man nicht dieses nötige ja Kapital halt hat oder weil man einfach klein anfangen will das einfach mal ausprobieren will da Arjan schreibt ja hatte während dem Crash zum Glück noch ziemlich viel Cash und konnte so auch von den tiefen Kursen profitieren ja nicht schlecht also eben einfach dranbleiben langfristig und regelmäßig investieren das ist glaube ich ein sehr sehr wichtiger Approach das haben wir ja auch gestern mit Tim Schäfer besprochen und das ist sehr sehr wichtig tatsächlich Apropos Tim Schäfer am Montag haben wir wieder einen sehr coolen Gast und zwar den Lars Ehrichsen ich weiß nicht ob ihr ihn kennt wir werden Montag 18 Uhr bis 18 Uhr 30 also eine halbe Stunde zusammen hier natürlich im Finanzrudel Community Talk stream freue ich mich schon riesig drauf seid auf jeden Fall gespannt Montag könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal vormerken also überübermorgen nach dem Wochenende mit dem lieben Lars Ehrichsen da habe ich schon richtig Bock drauf das haben wir jetzt schon seit zweieinhalb Wochen ungefähr geplant und ja das wird auf jeden Fall glaube ich super stark ich kenne ihn ja auch wir haben uns auf der Invest letztes Jahr das erste Mal getroffen miteinander uns unterhalten und auf jeden Fall starker Typ sehr sehr interessante Story und da werden wir natürlich auch über Investments an der Börse sprechen da habe ich schon richtig Bock drauf was ich auf jeden Fall vielleicht auch punkto Schweizer also empfehlen ist vielleicht das falsche Wort aber als Schweizer sollte man sich auf jeden Fall mit dem Thema 3A-Säule beschäftigen und da dann Punkt über die 3A-Säule wenn man da auch einen langen Anlagezeitraum hat vielleicht sich das Thema Aktieninvestments anschauen da bin ich zum Beispiel selber bei Viag und das ist ja dann auch alles steuerbegünstigt und so weiter und ich habe aktuell können wir das mal kurz anschauen das ist jetzt hier die 3A-Säule bei mir da sieht man jetzt schlecht vor allem wenn ich den Screen so klein habe das ist natürlich prima das ist jetzt ja das kann ja nicht sein ich verdrückte mich hier überall das hier ist Viag da sind jetzt aktuell 18.142 Franken drin und eingezahlt habe ich 17.420 und das ist die 3A-Säule bei mir und die ist zu 97% in Aktien investiert da kann man vielleicht auch mal starten vielleicht sagt man sich okay ich fange jetzt mal an mit 20% Aktien oder so um da so ein bisschen die ersten Steps am Aktienmarkt zu machen und das ist in meinen Augen auf jeden Fall kann man das auch benutzen um zu starten das ist vor allem auch breit diversifiziert über ETFs und da hat man dann auch fast in meinen Augen zumindest fast keine Gebühren und kann halt auch diese 3A Einzahlungen steuerlich halt abziehen von seinem Einkommen im jeweiligen Jahr und das ist in meinen Augen auf jeden Fall auch sehr gut um zu starten Tommy Obmark wieso nur so kurz Thomas du könntest doch sehr viel länger mit Lars streamen ja der Lars der hat halt einen vollen Terminkalender und er wollte einfach eine halbe Stunde streamen und ja also ich richte mich da immer nach den Gästen und wenn er halt eine halbe Stunde streamen will dann streamen wir halt eine halbe Stunde und ich richte mich da halt einfach nach den Gästen jeweils also zum Beispiel auch gestern mit Tim hat gesagt eine gute Stunde darum haben wir dann auch einfach eine Stunde streamt und bei manchen Gästen die sagen dann zwei Stunden oder halt ein bis zwei Stunden je nachdem wie es läuft also es kommt immer ein bisschen drauf an und ihr könnt und ihr könnt mir da auf jeden Fall wenn ihr Gäste für dieses Format auch sehen wollt einfach die Namen schreiben per Instagram also per direct message oder halt hier im Chat oder in den Kommentaren und ich schreibe einfach dann die Leute an und dann schaue ich was sich ergibt manchmal dauert es ein paar Wochen bis sich dann der Termin ergibt aber ich werde auf jeden Fall dann immer jeweils den Leuten schreiben ich sehe schon einige Leute kennen den Lars da Arikan schreibt finde die 3A Säule auch sehr wichtig finde krass dass nur 33% der Schweizer aktiv in die 3A Säule einzahlen ja das ist krass das ist krass also ich muss sagen also die 3A Säule ist in meinen Augen schon sehr wichtig und einer der Basics ja erstmal die Basics lernen ja und finde ich schon schade dass das nicht so viele machen vor allem weil die Möglichkeit ja auch gegeben ist und das im Vergleich sehr viel bessere Lösung ist als zum Beispiel jetzt in Deutschland wie das dort geregelt ist also hier haben wir in der Schweiz so viele Möglichkeiten und finde ich schade ja aber eben also man kann das Beste für sich selber daraus machen ich mache die 3A Säule jedes Jahr voll und wenn man dann irgendwann dann auch nachzahlen kann die Jahre die man verpasst hat dann werde ich das auf jeden Fall auch machen aber habe ich schon richtig Bock drauf bring Warren Buffett ja wäre schön oder ich will Karl S. als Gast was bekomme ich wenn ich den Karl S. hier in den Stream in den Finanzruhl Community Talk reinbringe und wir miteinander diskutieren hier das wäre doch mal was hier Karl S. Featured Sparkojote hier auf seinem Sparkojote Kanal das wäre doch mal was hier dann kann man hier auch mal so ein bisschen die Tiger Shirts gegen die Enten Shirts antreten lassen das wäre doch was also mein Humor ist auf jeden Fall Treffen also ich würde es lustig finden Ui der Olaf der Olaf ist am Start oh 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 ganz ganz gefährlicher Boy ganz 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 wild ja also wenn der Olaf joint ja dann müssen wir doch den Günther auch mal am Start haben oder was meint ihr der Günther muss doch auch also ich ins Game so ich schreibe ihn mal kurz an und vielleicht schreibt er ja dann auch in den Chat so ich glaube der Günther der meldet sich jetzt dann hier gleich Ui Ui der Günther ist hier auch am Start ganz wild der Günther hat glaube ich auch schon Dislike dagelassen ganz ganz wilder Boy Olaf und der Günther das sind immer so die zwei Spezialisten und er fragt auch immer ähm woher die kommen die sind weiß auch nicht die habe ich mir einfach mal eingefangen den Olaf und den Günther die sind halt immer im Doppelpack und ja ich kriege die einfach nicht los ich habe ja auch der Günther hat auch einmal meinen Stream sabotiert und sogar einen Stream ausfallen lassen der hat mich ja auch verprügelt von ihm habe ich immer noch so ein blaues Auge gehabt also der Günther ist ein ganz wilder ein ganz ganz wilder der will ja auch immer mein Geld abhaben ja also ich weiß auch nicht also der jeden Tag bekomme ich Nachrichten auf meinem Handy ja auf meinem Handy vom lieben Günther und er schreibt mir halt immer ja gib mal ein bisschen Kohle ab gib mal ein bisschen Kohle ab und dann muss ich ihm halt sagen ja arbeite doch mal für dein Geld statt dass du mir schreibst weil in der Zeit hättest du halt auch arbeiten können und auch Geld verdienen können aber er will halt einfach auf einmal mein Geld also das ist wirklich ein ganz ganz schlimmer Boy ganz ganz schlimmer oder ich lade mal Günther ein das wäre so ein bisschen crazy weil dann würde ich mit mir selber sprechen oh habe ich es verraten oh ich habe mich ich habe mich verredet das meinte ich gar nicht meinte ich gar nicht Markus Koch wäre mal ein Knallergast ja Markus Koch gute Idee ich habe den letztes Mal getroffen am Swissquote Trading Day da gibt es ja jährlich ein Swissquote Trading Day der war letztes Mal im November glaube ich wenn ich mich recht erinnere oder doch im November und da habe ich ihn auch getroffen kurz mit dem Gerät das wäre cool glaube ich coole Idee mit Markus Koch mal hier als Stream Stammgast Stammgast Streamgast auf jeden Fall ich werde da mal vielleicht ja ihn mal anschreiben oder anhauen vielleicht hat er mal Bock drauf ich gebe dir eine Coke Zero Vanilla für Karl okay alles klar ich nehme dich beim Wort Karl es wäre Hammer wie wäre es denn mit Bodo Schäfer ich denke das wäre auch interessant aber keine Ahnung ob er sowas machen würde ja das ist immer so eine Sache Ben es ist sehr schwer zu sagen wie soll man das sagen also es wollen halt nicht alle also ich habe also ihr müsst so überlegen ich schreibe zum Beispiel zehn Leute an und davon haben sechs oder sieben Bock und drei oder vier haben keinen Bock und das ist normal und das ist okay und ich will da auch niemanden zwingen dazu oder so ist ja logisch die müssen ja auch Bock haben und ja aber ich frage dann halt einfach genug Leute dass immer wieder mal coole Gäste am Start sind auch mal neue Gäste am Start sind und auch mal Gäste die schon dabei gewesen der Tim war jetzt auch ein paar mal schon hier und ja versuche ich halt immer so das Beste ähm ja Kollegah der Boss ja Kollegah wäre auch geil ich habe ich war auch also ich finde Kollegah schon cool aber auch einige seiner also so vor allem so es gibt so ein paar Lieder die feiere ich absolut so Mondfinsternis absoluter Klassiker ähm gibt ein paar Lieder oder noch so die alten Soundtracks ich weiß nicht mehr äh also doch Zuhältertape heißt Zuhältertape habe ich auch absolut gefeiert so die ersten auf jeden Fall ich wünsche mir Gerd Kommer das wäre auch eine geile Idee ähm sind Olaf und Günther deine Fanboys ich glaube weniger die wollen einfach nur meine Kohle die wollen alles umverteilen ja also den KLS würden also einige feiern ich weiß nicht ob der auch ich weiß nicht ob der join würde Thomas bitte 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 Alex Fischer Düsseldorf ey den also ich habe von ihm auch das Buch gelesen einige coole Sachen im Buch gewesen wäre auch eine coole Idee ja gibt Günther euer Geld schreibt der Olaf ja besser ist es sonst wenn 6 von 10 Bock haben ist das doch eine gute Quote ja auf jeden Fall Ralf also ich bin sehr dankbar äh dass so 6 bis 7 von 10 Leuten Bock haben dass das eine gute Quote ist definitiv aber eben also es gibt immer mal neins und das ist halt normal das ist auch kein Problem deine Meinung zu Uber ich habe da leider keine Meinung zu als Kunde finde ich es absolut hammergeil aber als Unternehmen ich habe mir das Unternehmen noch nie wirklich groß angeschaut hast du Buchempfehlungen ja habe ich tatsächlich ähm ich habe sie tatsächlich sogar in dem letzten Blogbeitrag geschrieben du kannst ja mal hier abchecken parallel dazu zum Stream hier habe ich drei Buchempfehlungen die ich dir nur wärmstens ans Herz legen kann DomiBR fragt wo kann man herausfinden welche Yu-Gi-Oh Pokémon Boxen sich für buy and hold eigenen ähm das kannst du soweit ich weiß nirgends also ich kenne keine Liste und ähm das ist so aus eigenen Erfahrungswerten aber ich schaue halt immer so die YouTube äh Yu-Gi-Tuber also die YouTube Szene für Yu-Gi-Oh Pokémon und Co an und da kann man relativ dann schnell herausfinden was gute Sets sein können was schlechte Sets sein können vor allem wie dann die YouTuber drüber reden und wie sie es abhypen oder weniger abhypen also da ist so ein bisschen einfach Research die man selber machen muss Gibt es noch Schweizer Finanzinfluencer kenne nur dich fragt da Christian Lemke ähm ja also es gibt schon so Blogger aber auf YouTube jetzt zum Beispiel nicht und auf Instagram auch nicht so krass vertreten ähm und also ich bin auch der größte Schweizer Finanz Schweizer Personal Finance Blogger und der größte Schweizer Finanz YouTuber und auch der größte Schweizer Finanz Instagramer ähm es gibt aktuell noch nicht so viele hier Professor Dr. Christian Rieck also ganz ehrlich oder Rieck ich weiß nicht wie man es ausspricht es tut mir leid aber Christian auf jeden Fall stimmt ich hätte so Bock auf ich habe auch schon ein paar Mal mit ihm auf Instagram geschrieben und dann habe ich auch geschrieben dass ich seinen Content richtig feiere mit der Spieltheorie und so und ich halt auf ihn gekommen bin wegen der Wahrscheinlichkeitstheorie und ähm ähm Verhaltenstheorie von äh wie heißen sie Traversky und nochmal jemand und bin ich halt zufällig auf ihn gekommen und habe mir seinen Content reingezogen er macht richtig geilen Content auf ihn hätte ich auf jeden Fall auch Bock so mal als Gast mit ihm so ein bisschen so über zu philosophieren oder verschiedene Themen abzudecken hätte ich richtig Bock auch tatsächlich ich frage ihn irgendwann mal ähm aber äh aktuell glaube ich noch nicht also ähm vielleicht mal in ein paar Wochen oder in ein, zwei Monaten frage ich ihn mal und vielleicht hat er ja dann Bock Yo Olli in den Stream wer ist der Yo Olli Schick mal deine Bankverbindung an Günther vielleicht liegt eine kleine Spende für dich drin ich glaube weniger der will spenden von mir der schreibt mir jeden Tag dass er Geld will dieser dreckige Günther und der Olaf sagt immer so genau das ist Olaf der ist Olaf 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 Günther du weißt absolut woher das kommt du hast Geschmack du hast Geschmack Lagondo oder Lagundo oder Lagondo Lagondo Interview mit Talabox wäre cool ja also mit Basti bin ich auch öfters in Kontakt ja coole Idee ich frage mal den Basti ob er Bock hat ähm und vielleicht ergibt sich da was wäre auf jeden Fall eine geile Idee ähm Rick wäre nice also den Rick kennen einige also ich finde seine Videos echt top kann ich nur empfehlen wenn ihr ihn nicht kennt warum ich zeige ihn euch ich zeige ihn euch weil Dr. Professor Christian Rick hat einen YouTube Kanal Christina okay kann einfach nicht schreiben meine Lieben ich kann einfach komplett nicht schreiben hier glaubt mir sein YouTube Kanal absolut Bombe und auch schon das hier angelehnt natürlich an Back to the Future absolut geil also zieht euch seinen Kanal rein richtig 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 nice richtig nice kann ich nur empfehlen ja so am Rande als Tipp von YouTube Tipp Kanal danke für die Buchempfehlung hey kein Problem Valentin du könntest YouTuber Sunny Decree Schweizer zum Thema Bitcoin einladen kenne ich gar nicht Sunny Decree muss ich mal schauen Abos Svelli Flo Farrell Bodo Chris Phil Frank Bendler Nick Nawariski Philipp Haas Beate Sander Torben Platzer Olaf Günther Spielkojote ja coole Ideen auf jeden Fall ein paar habe ich tatsächlich schon auf dem Schirm aber es ist natürlich so dass ich halt immer nach und nach Leute anschreibe und das nicht komplett übertreibe aber coole Ideen danke dir Luke Richie von der Börse Stuttgart der war ja schon zweimal da und er war sicherlich nicht das letzte Mal da er wird auf jeden Fall auch wieder sein Comeback feiern hier auf diesem Kanal keine Sorge mit dem Richie spiele ich auch World of Warcraft ab und zu mal und werden sicherlich auch das ein oder andere Mal auf Twitch World of Warcraft streamen wie viel Geld hast du auf der Bank genug ähm aktuell ungefähr also habe ich einfach meine insgesamt meine Cashquote liegt bei ungefähr 50% also über eine Viertel Million ist einfach die Cashquote aktuell aber das meiste ist halt im Unternehmen drin und wird dann halt auch für Investments im Unternehmen gebraucht was ich check's nicht kommt ein Stream mit Finanzseule hast ja auf Instagram ein Thumbnail mit ihm gepostet ne das hab nicht ich gepostet das war ein Repost von jemand anderem das war ein Repost ich hab nur gerepostet das hab nicht ich gepostet aber installiert ist ist das die Autokorrektur die Instagram zu installiert verändert was zum Teufel und die Frauen nicht vergessen obwohl wir hatten ja schon die Moneypenny ja es ist echt mega schwer no joke es ist sowas von schwer an Frauen zu kommen weil es halt nicht so viele gibt oder nicht so viele die mich mal anfragen für ein Interview ja das ist echt also ein Interview im Sinne von hier beim Livestream dabei zu sein das ist echt mega schwer weil ihr müsst euch überlegen es ist irgendwie 95% der also der Community ist männlich sogar mehr und das ist halt echt mega schwer oder auch von den Content Creators die sind fast alle männlich das ist ja krass ein Interview mit Karl Marx alles klar komplett lost aber ja auf jeden Fall hoffentlich kommt nicht noch Patrick in den Stream Patrick wer ah Patrick du meinst Patrick Star alles klar 50% viel zu viel ja denkst du vielleicht ich nicht ich hab ich führe Unternehmen mehrere also zwei aktuell und da brauchst du halt Cash und da musst du halt Liquide sein vor allem wenn du noch Mitarbeiter einstellst und so und ich fahre sehr gut und vermögenstechnisch kann ich mich nicht beklagen also läuft gut bin ich sehr dankbar für und ja ich gebe weiterhin Vollgas heute ging es wieder ja krass bergauf an der Börse wer war dabei ich war auf jeden Fall dabei ich hab ja nichts verkauft also ich spüre so einen inneren Schmerz bei den Leuten die Market Timing versuchen und vor ein paar Monaten ausgestiegen sind oder vor ein paar Wochen ausgestiegen sind und gesagt haben jetzt crasht es richtig wenn die wenn die Quartalszahlen kommen dann crasht die Kacke wirklich und dann sind sie gekommen und nichts ist gecrasht leider und vielleicht kommt es ja irgendwann und dann haben sie auch recht aber dann müssen sie auch einsteigen und nicht dann sagen ja es crasht noch weiter und dann verpassen sie die Chance vielleicht wieder und das ist halt so ein bisschen das Problem das ist das Problem ja die gute alte Autokorrektur ich weiß Bescheid Arian ich hab auch schon so meine Probleme mit der Autokorrektur gehabt die Aktionärin wäre toll für den Stream auf jeden Fall ich hab sie auch ein paar Male schon auf dem Film gehabt also auf dem Film einfach Videos gesehen die mir halt vorgeschlagen worden sind gute Idee auf jeden Fall welche Dividendenaktien empfiehlst du ich empfehle keine Aktien ziehst wohl nur Männer an Thomas ja so schaut es aus mit diesem Tiger Shirt das ist eigentlich so der Geheimtrick so mit diesem Tiger Shirt ziehe ich halt auch noch das andere Geschlecht an ja also auf jeden Fall nein es ist halt einfach die Community die halt weitestgehend aus Männern besteht ja und ich hab mehrere Businesses ja ich muss es richtig betonen Filmler Businesses ja lad doch mal den Crash Guru ein und frag nach wo der Crash ist ähm ich hab tatsächlich ähm zwei ich weiß nicht mehr also ich hab zwei Crash Propheten angeschrieben oder Crash Gurus und die haben beide nicht die haben nicht mehr geantwortet die haben zwar die Nachricht gesehen aber nicht geantwortet ja kann man nix machen aber eben ja ähm insgesamt sind wir jetzt zwar ein bisschen vom Hauptthema abgedriftet aber das haben wir natürlich eigentlich gut abgesprochen gehabt ähm zum Thema passiven Einkommen ich glaub da war nicht mehr viel zu sagen ähm ich find's auf jeden Fall stark äh insgesamt dass ich jetzt hier auch viele Fragen von euch beantworten konnte und ihr mir jetzt auch viel Input gegeben habt wenig vielleicht auch auch als Gäste einladen könnte also ich hab jetzt hier mir wieder mental ein paar Namen notiert und sonst kann ich ja immer noch im Nachhinein hier in den Livestream reinschauen ähm auf jeden Fall sehr sehr starke Sache ähm mich würde jetzt noch so interessieren ähm und das ist so ein bisschen einfach so einfach aus Interesse heraus wie lange beschäftigt ihr euch schon mit euren eigenen Finanzen das muss noch nicht äh Investment zu tun haben sondern es kann auch schon sein wenn ihr zum Beispiel ähm bevor ihr mit dem Investieren begonnen habt euch schon zwei Jahre mit äh Budgetieren Sparen und so weiter beschäftigt habt also seit wann beschäftigt ihr euch schon wirklich mit den Finanzen also wie viele Jahre schon und äh wie also seitdem ihr das wirklich aktiv gemacht habt bei mir wenn ich mich so recht erinnere war das auf jeden Fall so mit ungefähr 17 also vor ungefähr ähm sechs sechseinhalb Jahren auf jeden Fall und das ist noch nicht so lange natürlich aber man muss halt auch immer so einen Kontext sehen ich bin ja auch viel jünger als viele hier wahrscheinlich im im Stream darum ist es prozentual gesehen dann noch schon sehr sehr lange ähm schauen wir mal äh zwei Monate okay da ist jemand erst frisch dabei aber es ist niemals zu spät von dem her ähm es ist also wie soll ich sagen es ist nie zu spät also irgendwo muss man ja mal anfangen und dann in zehn Jahren äh sagst du dir ja zum Glück habe ich damals gestartet jetzt ist alles finanziell top und so weiter auf jeden Fall ein Jahr haben wir hier beim Stefan dreieinhalb Jahre beim T-Zocker Tommy Obmax zwei Jahre dann der Stefan äh also seit vier Monaten investierst okay ein Jahr äh spare seit der Ausbildung mhm seit elf Jahren äh seit elf Jahren cool circa eineinhalb Jahre Anfang 2019 okay cool seit 48 Jahren da Ralf Bischof droppt hier die richtige äh äh Zahl also jetzt in zwei Jahren hast du die 50 Jahre komplett richtig heftig krasse Sache ähm seit 2014 also sechs Jahre oder ja sechs Jahre sehr stark sehr geil drei Jahre seit den 90 seit den 80er Jahren oh ganz heftig wann streamst du wieder auf Twitch shameless plug meine Lieben shameless plug ja weil wir sind jetzt eh gleich fertig ja Twitch.ch was zum Teufel Twitch ah Twitch TV ist es Spielkoyote ich werde nach dem Stream hier wieder auf Spielkoyote streamen ungefähr eine Stunde wer also hier noch nicht am Start ist im Spielrudel ja und ich muss ehrlich sagen gestern haben beim World of Warcraft streamen irgendwie zehn bis zwölf Leute permanent zugeschaut also absolut geil ähm ja shameless plug hier hier viele Leute schreiben drei Jahre tatsächlich okay ähm drei Jahre seit ich 18 bin also schon zehn Jahre auch bei den Finanzen am Start ähm vor 1,5 Jahren vor sieben Jahren ähm nicht schlecht also da sind wirklich viele dabei die auch erst gerade angefangen haben was auch sehr nice ist weil man sich mit diesem Thema beschäftigen sollte aber auch viele die schon Jahrzehnte dabei sind also nicht schlecht also da haben wir einen guten Mix tatsächlich in der Community das finde ich sehr sehr stark und man muss sich halt immer so ein bisschen überlegen man kann ja dann auch untereinander voneinander lernen das habt ihr sicherlich auch schon immer wieder bemerkt vor allem wenn ich dann Gäste auch hier im Stream habe ist es schwer für mich äh im Live-Stream äh im Live-Chat halt den ganzen Überblick zu haben weil ich ja auch mit der Person dann rede und ähm dann ja tauscht ihr euch auch untereinander aus das finde ich mega stark ähm ist sehr sehr geil hier im Finanzrudel auch ähm wie da miteinander geredet wird oder auch Fragen beantwortet auf jeden Fall sehr 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 stark manchmal bin ich halt ähm sogar langsamer beim Antworten als ihr dann die Chat-Nachricht schreibt ich hab vorhin auch gesehen ähm als jemand gefragt hat eben äh ab wie viel kann man investieren und ich hab das dann mit dem Sparplan erstmal noch erklärt wenn dem jemand schon geantwortet hat mit dem Sparplan ab 25 Euro also auf jeden Fall sehr 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 starke Sache und der Number Cruncher 12 Jahre hab zwischendurch mit Gewinn verkauft und dann wieder angefangen okay nicht schlecht also aber auch 12 Jahre das ist heftigst viel also sofort 2008 der letzte fette Crash ähm Sascha 10 Jahre in der Theorie Studium lesen austauschen und Vollgas im Investieren seit 3 Jahren nicht schlecht als Gast könntest du Dan Lok einladen ich glaub nicht dass also Dan Lok wär ja eh englisch und ähm hier auf dem Kanal ist ja deutsch aber ja auch Dan Lok ich muss so sagen ähm ich find sein Inhalt echt top also sowas was er vermittelt aber ich find halt also ich mag so diese Marketing Methode einfach nicht okay heißt also ich find's nicht also ich find's nicht irgendwie ich mag's einfach nicht ich mag's einfach nicht ich find's nicht schlecht aber ich mag's einfach nicht ähm aber so inhaltlich muss ich sagen ähm also von den YouTube Videos zumindest ich rede jetzt nur von YouTube Videos inhaltlich vermittelt er schon gute Basics hab auch schon einige Videos von ihm reingezogen konnte auch einiges mitnehmen aber bin jetzt nicht so der Fan von dem wie er's halt nachher vermarktet also ich mag solche Kursmodelle und dann mit diesem Timer der runterläuft mit diesem Live Webinar ich mag das einfach nicht ich mag das einfach nicht bin aber nur ich ähm aber ich will's jetzt auch nicht irgendwie schlecht reden oder so aber auf YouTube find ich kann man auf jeden Fall sein Content sich gönnen weil da ist schon mehr Wert drin hat mir auch schon weiter geholfen auf meiner Reise so ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen heute heute war ja richtig wieder Full House viele Stammgäste am Start ich hoffe ich konnte euch auch viele Fragen beantworten ihr habt mir jetzt auch viel Input gegeben für kommende Gäste das heißt wir werden ähm bald hoffentlich coole Gäste sehen merkt euch vor den Montag denn da ist der Lars Eriksen am Start da werden wir auf jeden Fall eine gute halbe Stunde streamen überlegt euch vielleicht auch gute Fragen weil die werde ich da natürlich dem lieben Lars stellen und ja merkt euch einfach den Montag vor das ist ein Spezialtag ja ähnlich wieder Dividendendienstag und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten Stream spätestens morgen um 18 Uhr und wer jetzt noch nachher Bock hat kann gerne wie schon gesagt auf Twitch vorbeischauen da werde ich jetzt in den nächsten 10 Minuten starten zu streamen und ansonsten ja da kann man mich sogar sehr gut fragen weil da sind nicht so viele Leute im Chat und ja da kann man wirklich relativ viel tatsächlich fragen ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Stream bis dahin schön Leute und ja ich Mattei Untertitelung des ZDF, 2020